Neue Infos zu The Mandalorian, Episode 9 erneut in der Wüste und Produzent für Casting gefunden. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu den News am 8.12. Es ist ja bereits seit einiger Zeit bekannt, dass Episode 9 einige Szenen in der Wüste haben wird. Dafür ist Lucasfilm diesmal nach Jordan gereist, um dort zu filmen. Nachdem diese Dreharbeiten nun abgeschlossen scheinen, schauen wir einmal auf alle Cast-Mitglieder, welche dort gesichtet wurden. Durch einen Post von John Boyega selbst wurde uns bestätigt, dass dieser und Oscar Isaac am Set von Episode 9 dabei waren, als es in Jordan ging. Des Weiteren sollen Leute gesehen haben, wie die beiden von einer Explosion in die Luft geschleudert werden. Aber auch Daisy Ridley, besser bekannt als Rey, wurde in Jordan am Set gesichtet. Auch sie soll vor einem Greenscreen vor Ex-Personen weggelaufen sein, welche einen an Episode 7 erinnern. Abschließend ist durch Posts von Jonas Suetamo und Anthony Daniels klar geworden, dass auch Chewie und 3PO ihre Rollen in Jordan haben. Was genau mit ihnen dort passiert, ist aber nicht bekannt. Die vor kurzem eingekündigte Live-Action-Serie zu Kerstin Endor hat nun einen Produzenten. Mit dem Showrunner von The Americans, Steven Schiff, ist Daisy nun also einen Schritt weiter in der Produktion der Serie, die ihm Rebellenagent auf seinen Missionen verfolgt. Mehr dazu gibt's, wenn ihr jetzt mal kurz auf die Infokarte klickt. Nachdem Jon Favro erst letztens wieder ein Bild vom Set auf Instagram veröffentlichte, sind nun erneut Informationen durchgesickert. Die im Post zu sehenden Ruther Brothers sollen nämlich von der dort genutzten Technik erstaunt gewesen sein. Noch nie zuvor hätten sie eine TV-Show mit einem solchen Dreh gesehen wie bei The Mandalorian. Zudem soll auch der Cinematographer dem Projekt sehr viel Magie verleihen können. Erweitern zum vorherigen Thema gibt es einen neuen Cast-Member für Jon Favro's The Mandalorian. Nick Nolte, einer der Vorsprecher für die originale Rolle des Han Solo, ist nun neben Pedro und Gina auch im Cast vertreten. Was seine Rolle sein wird, ist aber weiterhin unklar. Nachdem die Comic-Reihe Shadow of Vader vor einiger Zeit gecancelt wurde, gab Marvel nun eine neue Reihe rund um den dunklen Lord der Sith bekannt. Dark Visions, zu deutsch Vader Dunkle Visionen, soll sich somit an die dunkelsten Orte der Galaxis begeben, wo der Sith-Lord auf seine größten Ängste stößt. Nachdem es nach Thrawn Alliances erstmal hieß, dass mit dem Groß Admiral Schluss sei, kündigte man nun einen dritten Teil an, welcher kurz vor dem Rebels-Finale spielt. Hierbei trifft Thrawn nicht nur auf seinen untergeordneten Elie Vanto, sondern auch auf Orson Krennic, der mit seinem Todessternprojekt das des Großadmirals in den Schatten stellen will. Durch die Rückkehr Elie Vanto soll Thrawn's Loyalität infrage gestellt werden, da dieser ihm von einer großen Bedrohung für die Sith berichtet. Die nächsten News gibt es dann nächste Woche um die gleiche Uhrzeit. Schreibt mir doch jetzt bitte in die Kommentare, wie euch die Umwandlung des Formats gefallen hat und was man noch verbessern kann. Dehusting 2 1 1 2